Till sogar rüber zu mir und dann sagt er, haben wir uns noch verabschiedet, dann sagt er, Jan, wir sind Freunde und diese Tür wird nie verschlossen sein. Und ich wollte dann zu Till rüber gehen und wollte einen nur fragen, ob er abends zum Barbecue rüberkommen will oder was er macht oder sowas. Das war meine Idee. Und dann komme ich dahin und dann war die Tür verschlossen. Das gibt's doch jetzt nicht. Und dann habe ich auch Stimmen gehört vom Pool und dann dachte ich, da muss ich jetzt rüberklettern. Und bin dann zum Pool, da war auch Till mit seinem ganzen Freundeskreis und so weiter. Und er hat dann gesagt, das ging dann ganz harmlos los. Er hat mich gebeten zweimal, bitte geh doch wieder rüber, klären wir ein andermal. Und dann wurde es immer lauter, immer lauter, immer lauter und dann hat sich noch ein anderer eingemischt, der mich noch so ein bisschen versucht hat wegzukicken und so weiter. Und dann wurde es laut, dann bin ich den noch hinterher gelaufen und irgendwann war die Polizei da.